Guten Morgen, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das ist die letzte Bitte, über die ich mit euch nachdenken möchte aus dem Vaterunser, mit dem wir unseren Tag beginnen. Das Vaterunser ist ein ungemein realistisches Gebet, weil es anerkennt, dass es immer wieder Versuchungen gibt im Laufe eines jeden Tages. Wir alle sind immer Versuchungen ausgesetzt, Versuchungen zum Bösen und nicht nur denen im lila Papier. Die Frage ist, wie wir damit umgehen. Das ist der Grund, warum ich so ein Fan davon bin, den Tag zu beginnen mit dem Gebet, mit dem Vaterunser. Weil ich glaube, wie wir unseren Tag anfangen, was wir an die erste Stelle setzen, Noch bevor wir Entscheidungen zu treffen haben, noch bevor wir Schwierigkeiten ausgesetzt sind und auch Versuchungen ausgesetzt sind, wie wir unseren Tag beginnen, das hat Einfluss darauf, wie wir mit den Versuchungen und Schwierigkeiten, die jeder Tag mit sich bringt, dann umgehen. Wenn wir unseren Tag beginnen mit dem Gebet, mit dem Vaterunser, dann setzen wir Gott an die erste Stelle. Und das kann uns Kraft geben, Versuchungen zu widerstehen, das kann uns Kraft geben, mit Schwierigkeiten umzugehen, das kann uns Kraft geben, auch mit schwierigen Menschen umzugehen, mit denen wir es vielleicht zu tun kriegen, Weil wir setzen Gott an die erste Stelle. Deshalb mache ich euch Mut, auch heute wieder zu beginnen mit dem Vaterunser und dann zuversichtlich, hoffnungsvoll und ermutigt in den Tag zu gehen. Seid gesegnet, ihr Lieben, seid behütet, passt gut auf euch auf und passt aufeinander auf. Und bis morgen.